Und er hat natürlich eine tolle Band im Hintergrund und weil er sich so alleine fühlt, hat er gesagt, dann singe ich am besten auch gleich mit Sabine ein bisschen im Duett. Und was sich jetzt hier gleich in den nächsten Minuten, meine Damen und Herren, abspielt, das sind einfach ein paar schöne musikalische Momente, unter anderem die größten Hits von Christian Leis mit Sabine Petrich und der S.W. Führerens! Hallo Mannheim, wie geht's euch? Ich würde sagen, eure Hände in einer schönen Ruhe. Sie ging, als ich schlief, ich trotten Vergebens, Ich würde sagen, eure Hände in einer schönen Ruhe, ich schlief, 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 ich schlief. Von der S.W. Führerens! Und da war diese Stern, der höchste von allen, sie schickte ihn mir, ich ließ ihn fallen und hatte zerbrach. Ich werde es zu spüren, am Ende der Nacht, werde ich sie verlieren, verlieren und um die Wälder ja zu verzeihen, konnte ich sehen, dass ich war, konnte ich fühlen, mein Gefällt ist entbrochen. Und ich würde sagen, wir gehen alle schön mit den Händen nach oben, alle nach vorne hoch, wir mitten schön von links nach rechts, sieht wahnsinnig aus. Musik 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 Ja, 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 ja. Du siehst mir ganz zu verzeih'n. Komm nicht, sing, lass mich rein. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Oh!